Pietro Lombardien zückt seine Instagram-Fans mit einem seltenen Video von sich und seinem Sohn Alessio. In dem Clip singt das Papa-Sohn-Duo gemeinsam. Schon der Einstieg erobert das Herz der Fans im Sturm. Sollen wir mal singen zusammen? Halleluja! 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 Unter dem Video hagelt es begeisterte Kommentare von Fans. Oh mein Gott, wie süß! Oh, wie schön ist das denn? Da kommen einem ja gleich die Tränen. Da kriegt man echt Tränen in den Augen und Gänsehaut. Ihr seid ein super tolles Team und es ist schön, euch zuzusehen. Und auch wir sind absolut begeistert von der niedlichen Gesangseinlage der beiden.